So viel Geld wie wir verdienen, 28 Euro auf die einstelligen Zahlen nicht. Echt so, aus dem Weg Geringverdiener. Ja, das muss ich. Der Sinn für Humor. Sympathisch. So, Prison, Farmhouse oder High School. Oh, alles Orte die wir jetzt schon hatten, ne? Bist du auf Prison. Ich hätte mir auch ganz klassisch Bock auf einen Streethouse, ey. Ja, Mann. Hast du den? Ne. Willow wäre jetzt cool. Genau, Willow. Darauf hätte ich auch Bock. Oder von mir aus auch Tanglewood Streethouse. Wäre auch ganz nicht nice. Tanglewood ist auch stabil, ja. Wir können theoretisch alle rausgehen und auch eine neue. Das können wir tun, ja. Let's go. See you later, Alligators. Tanglewood, Tanglewood. Tangle, Tanglewood. 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 Oh, bist du muckern? Und wir sind gerade mal hier. Ich homepage. Nö, Mucke geht nicht. Auf und geht die Mucke nicht. What? Ich kann Mucke nicht ermangen. Ach, Profi auf, vor July. Schrift. Ja, bei mir gehts auch nicht eben, als ich Solo war, ging. Och Mann. ähm, Profi. Fürst hier? Warum tut ihr das Patch das wieder rein? Profi oder fortgeschritten? Tanglewood? Profi. Ja, Mann. Ja, ich bin dabei. Leute, wenn das Halloween-Update rauskommt, ne? Oh, ja. Dann müssen wir unbedingt eine Session machen, wenn der Patch draußen ist. Ich hab richtig Bock drauf. Ich auch. Dann kauf ich erst mal einen Waxi-Pack-Tener-Lady. Wenn ich teinze, würde ich nicht weiss, was das ist. Das sind, äh, ja, Windeln für Frauen. Die gibt's auch in Schick. So, weißt du, wie Dessous. Bloß zum Einpinkeln. Seid ihr bereit? Jederzeit. Die krosse Grabe Pizza ist die Pizza. Für dich und mich. Oh. Haha. Let's go, let's go, let's go. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Nicht laden. Ich will nicht, dass wir die Pizzae sind oder nicht mehr tun. Okay. 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 Alright. Okay. 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 Alright. also wo sind wir noch mal tanglewood das spiel aus das ist das das crazy tutorial was genau warte wie war das noch mal was du so jetzt geht es mir besser hallo mr. geist wir sind jetzt wieder da ich muss jetzt mal drauf klarkomme ich dachte hier ist immer in der garage die strom oder im keller ist an ist doch gut du bist mut sein großvater bist du hier wo bist du wo bist du alter gewitter bist du hier bist du hier wo bist du bist du hier bist du hier bist du hier ja der radio bist du hier wo bist du bist du hier ich glaube der ist hier in dem kleinen kinderzimmer bist du hier weil hier war das radio an bist du hier aber er hat halt nicht geantwortet bist du hier alter hallo guys hallo was für aufgaben haben wir eigentlich alle machst du oh geil man kann pcr machen thomas wilson ich hoffe der heißt der team viewer das nicht mal ladezeiten hat ne direkt hochgefahren zack 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 ssd wo ist hier der lichtschalter hat er bist du hier wo bist du ja genau naja was hat er das ist ein vierer vier und es ist eine tür gegangen auch ja wir bohnt ob du hier bist jetzt kann ich heute aufgelden margarete wo bist du was hast du gefragt was hast du gefragt wo er ist irgendein bedroom ah das ist schon der raum wir sind hier schon richtig glaube ich ich habe gerade irgendwas gehört ich habe gesagt er hat angefangen mit einer vier und auch gehört ja 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 wir haben den raum das ist diese grudge tante ja da macht das weg es ist das blue alles rein da alles was wir haben rein wir haben wieder mf4 ich habe keine videokamera dieses mal mitgenommen oder aufgestellt wow wir haben gar keine videokameras gekauft da ist auch eine hier ach so ok so hat dir jemand schon nach nach fingen nicht geguckt jo aber habe nichts was ich habe keine sanity alter was ist bei mir bei sanity passiert also im blue verstecken ist jetzt keine gute idee oh mist haben wir denn schon irgendwelche beweise äh nicht so wirklich glaube ich wir spielen auf profi ne jungen wo kommt das weecher brett der war das denn gefunden wo packe ich mir die kamera rein und hier hin Nee, nicht gut, diese. Garage! Garage! Der hat gesagt Garage! Was? Hä? Auf dem U-Hütter-Brett-Verkrattner Garage. Können die lügen? Wo bist du? Wie kann das denn sein? Alle Mann in die Garage! Wurde da sein Raum gechanged. Einfach stumpf. Du hä? Achso, warst du das? Ja, ich war das. Hier steht ein Boy. Boy. Ich hab'n Hauchen gehört. Tür, was? E-M4. Oh, fuck. Hallo, hallo? Ich meine gerade die Geisterbrustgeld zu haben, aber... Wo bist du? Wo bist du? Aber der hat ja... Dann hat der gelogen. Der ist im Boys Room, oder? Bei Thomas. Irgendjemand ist tot, glaub' ich. Wo bist du? Ja, Alex ist tot. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Irgendjemand ist tot, glaub' ich. Irgendjemand ist tot, glaub' ich. Okay. Alles klar. Wunderbar. Sonst schon noch was? War das EMF mal aufmerksam oder so? Nee, EMF war nur vier maximal. Kommt jemand mit mir rein? Oh? Jesus Maria, ey. Wir hören ihn. Oh, der kriecht, Alter. Der krabbelt. Ist das ekelhaft. Oh, voll der Perverse. Der schändet Alex seinen Körper. Boah, übel. Der reibt sich richtig an dem. Guck dir mal, das Kreuz an, ey. Ja, voll verglüht, ne? Könnt echt ein Dämon sein, ey. Könnt ein Dämon sein, so wie der... Weißt du, wie raristiv der ist, ne? Geht der Emon überhaupt? Nö. Boah, wie lange das geht. Kann kein Dämon sein, weil wir im Kreuz aufmachen. Keine Ping-Nies. Wo sind die Geisterbox? Geisterbox, Geisterbox. Wie alt bist du? Oder Tür? Bist du hier? Ja, aber ich weiß, dass jemand ist hier. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Können wir hier Gefriertemperatur messen, oder nicht? Weiß nicht, welche Level wir sind. Ja, doch, also man kann Gefriertemperatur messen. Nur hier, aber auch vielleicht kalt, ne? Deswegen, du musst wirklich... Wir haben Gefriertemperatur. Leute, wir haben Gefriertemperatur, ne? Oh, Revenant wäre der ekelhaft. Ich glaube, wir haben noch kein Dottie denn im Raum drin. Tatsächlich haben wir einen. Ich hab den aber ausgemacht für die Videokamera. Ich geh nochmal rein. Wir haben Geisterorb. Hab ich doch gesagt. Ja, klar, das war ja auch schon klar. Pack dir mal aufs Bett, wenn es geht, ne? Ich bin mir schon, ich bin mir grad nicht. Was? Das Buch ist voll gestiegen. Oh, yo. Das Buch? Ja, das Buch. Ja, dann ist es ein Revenant. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt haben wir mir noch ein paar Bilder. Ja. Revenant. Also, er würde hier ne Kerze ausblasen. Halt jemand ne Kamera? Meinst du ein Fotoapparat? Ist hier oben, Daniel. Hier oben ist ne Kamera. Fotoapparat. Da ist noch eine, vor dir. Ich sehe keine. Da, neben den Pistolen. Ich hab hier, ich sehe nix. Steht denn im Raum eine Kerze oder so? Bei mir ist nix. Hä? Hier neben dem gefriert Temperaturmesser. Nimm die mal auf und schmeiß sie auf den Ofen. Jetzt hab ich die. Alter, war die echt nicht da, war die? Krass. Äh, wo sind die Kerzen alle? Wo sind die Kerzen? Begleitet mich jemand, äh, die Kerze abzuholen? Aus der Garage? Ist das noch eine Kerze? Wie kann ich die anzünden? Du musst in die Hand nehmen. Und dann auf. Ah, hast du schon. Ja, das Feuer hatte ich halt schon, aber, ja. Ein Platz für Kerze. So. Ja, ich bist du. Ja, du bist. Ja, ich bist du. Okay, jetzt schnell raus. Ach, leckst du doch, Alter. Ja, ich bist du. Der Hammergeist hier, Alter. Blast die Kerze aus, du schmuggelt. Blast die Kerze aus. Blowing job. Blowing job. Blowing job. Blowing job. Ich schaue die Seite auf Also ich warte jetzt hier am Fenster bis der Geist erscheint Ich glaube der erscheint nur bis wenn jemand reingeht Du bist ja drin, du bist ja drin oder? Jo Ist aus Ach und die Gäste ist aus Ja dann können wir doch abhauen oder nicht? Ich schon Alex Ja genau mit nach Hause nehmen Damit wir uns auch in der Garage heimsuchen Damit wir uns auch in der Garage heimsuchen Ja und der Geist hoch Ja und der Geist hoch Und der Geist hoch Ja Jetzt noch ein kleines Auto machen auf dem Geist, ey Ah fuck Guys, guys, guys Ich will Alex wieder missbrauchen Also, guys, guys Ja, dann lass doch Sachen krallen und los, oder nicht? Würde ich sagen, ja Ansonsten lassen wir deine zurück Ah, da ist er ja Habt ihr schon ein Bild vom Geist gesehen, ey? Nee, hast du eins gemacht? Ja, das letzte Bild, was du gemacht hast Ich sehe nur eine Wante Eine Wand Und eine verschwommene Kamera Ja, das meine ich So, alle Reven und eingetragen Also, als ich den toten Körper fotografiert habe, war Alex hinter nach oben Und jetzt ist das an die andere Seite oben Seltsam Geil, Nomatico Also, nein, arbeitest du morgen, oder nicht? Nee Nein? Nein, die brauchen mich auch eigentlich nicht Weil Manuel ist morgen da dran Nee, ist wahrscheinlich mein Jet auch Mit Andy nicht gebrauchen Ja, ganze Nacht Fasmo durchzocken, ne? Yeah, man! Boah, eigentlich will ich eben... Er ist von Energy schon geknallt Oh, jo, Energy muss ich mir auch mal wieder gönnen, ey Schon lange nicht mehr Boah, ich glaub, ich muss mir gleich noch einen Kaffee Bleed Stale, Farmhouse oder Prison? Bleed Stale Nein, keine Ahnung Ich hätte mal Bock auf Bulldog Was? Willow Ja, Mann Ja, Willow auch Ich Willow Fünf Finger für Willow Also, was machen wir? Ey, was hat's nochmal an Mangort gehabt? Bleed Stale und was noch? Bleed Stale und Prison Oh, Prison Oh, keine Ahnung Prison Gute Frage Wollen wir nochmal reconnecten Gucken, ob er Willow kriegt? Ich hätte gerade auch richtig Lust dafür Ja, ich auch Und schon alle weg Welcome back There's some jobs ready for you Yeah Haha So, Willow, Street House Mad Spiller I've gathered a list of other hunters asking for help Uuuuuh Uuuuh Uuuuh was brauchen wir denn sonst noch so ich glaube wir haben alles ich mache einfach stumpf immer alles hinzufügen kann hat das immer unnötig also wir haben von allem mindestens zwei sachen okie dokie wir haben auf jeden fall genug willow street haus willow willow mein geistig behinderter bruder billow billow gänze von borat das sei mein nachbar muss und er hat ein fort nano aber jeder weiß der snuffel mädchen ich habe radio wecker er kann sich nicht leisten großer erfolg rasenmäher ich habe irgendjemanden rasenmäher wir haben jetzt von allem voll außer audiosensor und bewegungssensor sonst haben wir alles voll ich habe jetzt alles einfach gekauft was uns noch gefehlt hat ja Junge wir haben wir haben einfach alles sechs Camps Junge wie viel Equipment haben sie ja welche Schwierigkeit Profi natürlich alle EMF wisst ihr was ich mir eigentlich auch fürs Update wünsche dass man mehr als zwei EMFs mitnehmen kann hier dann nimm das was wir hängen gelegt haben Stimmt Jo das will ich stecken Nein alles gut nimm das ruhig ich mein nur generell so wäre das sinnvoll auf Profi ich nehm die Geisterbox okay dann eine Kopfkamera bitte anziehen Boah ja alter Daniel ey er gönnt schon wieder komplett durch Guten Tag wie geht's dir Hallo Geist bist du mein Nachbarmurso Tartoyak bei das ist meine Schwester sie ist Nummer eins Prostituierte von ganz Kasachstan das sei meine Grossmutter sie älteste Frau von ganz von Kuse sie sei einundvierzig viverst es sweeping kannhaben legt die Zineschriften auch auf dem Boden Ich hab das dritte Mal ein Bildschirm gekauft. Das ist gut, die so... Ist der Guys, machen die Dinge, ne? Nicht. Alter, Alex, ist das ja eigentlich dein Zimmer? Die haben drei Bildschirme offen. Ich habe nur ein Bildschirm. Und der hat den Bildschirm. Hast du noch neben Friedo? Nö. Ja. Ich hab gar nichts zum, ähm... Kannst du das machen? Okay. Ich hab mir eben die Geizabox, ne? E-MF 2. Woher ist und, äh... Er ist im Badezimmer. Ah, der klassische... M-In Willows, der ist so oft im Badezimmer. Findest du? Ich tränke das E-MF jetzt im Wasser. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Böbel nicht. Alter, wie viele Kopfkameras gibt es? Wer hat meine... Kamera aus der Küche geklaut? Bist du hier? Oh, nein. Eher mehr Freile bleiben, nicht im Wasser. Ja, ich mein Geisterbox. Oh Mann, gehst du da wohl drauf? Schreib ins Buch. Ich schreib ins Buch. und die Herald. Es tut irgendwas, aber wir wissen nicht was. Habt ihr schon in die Kamera reingeguckt? Wen hast du gebetet? So, wenn nicht alles im richtigen Ring fällt wäre. Äh. Wen hast du gebetet? Geister auf, ja. Im Badezimmer. Geister auf, im Badezimmer. Geister auf, im Badezimmer. Und, äh, Gefriertemperaturen. Da waren grad 0,2 Grad, also. Minus oder Plus? Es waren noch 0,2 Plus, aber das kann ja nicht mehr lange dauern. Okay. 0, 0,1 Minus 1,4 Minus 1,4 Alles klar. Der Atem ist jetzt auch um. Ja. Bist du hier? Also was haben wir jetzt gehabt? Wir hatten Orb und, äh, Gefriertemperaturen, ne? Ja. So, Revenant, Uri, Hunt 2. Oh, wieder Revenant, ey. Ah. Ja. Ich nicht mag diese. Oh, oh, oh. Wo ist, wo ist mein, mein Pink Lady? Meine Pink Lady, wo ist die? Da. Welche Tür hat er denn nichts aufgemacht? Ja, aber es ist kein Abdruck dran. Ja. Oh, oh, oh. Entschuldigung Und wer hat Kiran gerade so? Ich weiß nicht, ich merke, wie steht er lebt. Ist er da? Der Lerl ist da rein. Oh Mann. Schade, ich hab gedacht, der rennt jetzt meinen Raum. Oh, Alter. Daniel, das war's. Ne, das war's nicht. Oh, ist der ekelhaft, der Dude, ne? Richtig ekelhaft, der Junge. Ja. Was ein Arschloch. Also, ich hab hier die Leidenschaft und möchte mir jemand noch sagen, ob er lebt oder ob er gestorben ist. Ja, sorry, im LKW stand er, er war am Leben. Oh. Ich war auch derjenige, der gejagt hat. Ich geh auch schon. Ich geh auch schon. Nein, da stand da gar nicht. Da stand der schon mit Fragezeichen. Du warst auch im Haus. So, Step, Backstep. Ach, schade, die sind schneller. Warum kann ich kein Revenant sein? Mann. Mann. Was macht die da? So, uns fehlt immer noch ein Beweis. Oh, da ist das Messer schon direkt. Das ist, das ist ein Zeichen. Ich mach dich Messer vorn hin, Pim. Wollen wir uns mal Sanity Pillen rein, Donham, oder was? Die Tür ging grad zu im Badezimmer. Oh. Das guck ich mir mal an. Ah, ich kann ja keine Türen sehen. Ah, Mist. Junior, ein Foto reingessen. Du gehst aus der Tür. Ich nehm. Ich geh da nicht rein. Warum? Ist Dotz immer noch ein Argument? Also, brauchen wir den noch? Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Wo? An der Tür. Hantu. Der Handtuch. Ja. Der Handtuch wird ein Handtuch. Ein Handtuch. Ein Handtuch. Handtuch. Und wir brauchen jetzt ein Handtuch. Wenn den kalt ist, greifen die an. Und wenn Licht und Wärme da ist, sind sie da nicht mehr. Wo bist du? Machen Sie ein Foto von dem Geist. Hehehe. 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 Da drin ist nur ne Kamera. comfortable. Gönnen seemed dann schnapp. I will kein Mainst Now. Wo bist du? Ja ja... Wie ist das ja? Oswalds! Ich mach jetzt CAP ü 뽑. Und ich mach jetzt mal... Wie alt bist du? Alter! Antworten! Wie alt bist du? Wo bist du? Warum gescheißt das denn hier, oder? Wo bist du? 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 Aber sowas hab ich doch schon die ganze Zeit fotografiert. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Hi! Oh, Alter! Oh, ist das ein ekliger, Alter! So ein Skelettkopf, ne? Guck dir den Dude mal an! Ah! Ekliger! Verpest dich, Junge! Du kannst alleine diese rausbleiben! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, wir haben alles gut. Oh, Tür zu! Wurde! Siehst du nicht? Oh! Warum guckst du nicht? Ok. Genug Spass gehabt. Also, was haben wir noch? Geist! 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 Der ist doch durch! Aber ja, der war in Richtung... ...Wohnzimmer und damit... Daniel Thomas! Oh! Oh, jetzt aber jemand! Das ist Daniel Thomas! Thomas Lichy! Okay! Ah, letztlich hat mir... ...die ist ein bisschen russkant, aber... ...nimm mal diese Kamera hier! Mach das selber, was ich dir gesagt habe! Das noch, das noch ne Kamera! Ja, die hab ich da hingeworfen! Hier sind zwei Kameras noch mit Bildern! Daniel, schau mal! Du Sackgesicht! Wer ist das? Ja, du! Du stehst an der... Hätte ich jetzt die Kamera nicht runtergeschmissen, was? Hast du? Ja, ein Foto von dir! Wo ist dieser? Oh, da ist er ja! Oh, warte, warte! Julia! Was? Ich will ein Foto durch Center machen vom Geist! Das hat die auch vor und das klappt nicht! Weil ich das schon probiert hab! Ich hab schon durch Fensters fotografiert! Daniel ruft den Geist! Das ist nur Krizzle! Hey, Thomas Daniel! Thomas! Thomas! Lichy! Komm zu uns! Okay! Erzähl was von deinem Seemannsgarn! Er war fünf Knoten, das wärm! Nee, also ich hab seinen Namen gesagt, ich hab ihm noch als erinnern, und er wollte nichts machen! Ja, aber wir haben ihn doch, dann können wir doch auch fahren! Das Spiel für Gott nämlich jetzt nicht mehr richtig! Ja, aber dann geh rein und mach ein Foto von dem Süßen! Also ich hab kein Foto auf den beiden Kameras! Also ich hab' noch einen Foto frei! Oh ja, eins! Lauf zur T-Kanne, Junge! T-Küsselchen! Ja, ich hab' sie benutzt! Ja, ich hab' sie benutzt! Wir können mal in der Kameras! Hier, folgt der T-Kanne hier! Die ist im Wohnzimmer! Ich seh' sie! Hier rechts! Weißt du da... Ah, da! Oh, direkt am Sofa! Danke! Ja, dann lass uns abhauen! Mein Gott! Haben wir den Knochen? Ja, Foto verfehlt und eingesammelt und gegessen! Okay, dann rauchen wir jetzt noch einen Joint zum Abschluss! Oder so? Ich kann dieses dicke Ding hier... Schade, dass man hier kein Essen einsammeln kann! Das wär' ganz cool! Boah! Geil! Und jetzt noch ein bisschen Kokain! Jetzt erst mal... Erst mal ein halbes Kilo Salz essen! Ich bin voll auf Tee! Wie macht der Alex? So? Ey! Meine Tee-Kanne! Meine Tee-Kanne! Gib mir Tee-Kanne! Shit! Dafür hab' ich meine Tee-Kanne verlieben! Ich bin voll auf Tee-Kanne, ey! Boah, das ist voll die Bon! Voll mystisch, wie das VJ-Brett auf unserer Tastatur liegt, ey! Bist du schwul? Also, wir haben jetzt alle... Hand... Hand hoch getippt, ja? Ja... Ey, Daniel! Servierst du grad ne Pizza? Ja! Welcome back! Ich hab' gewählten Jobs für dich! Boah, 30! Yeah! Totenurlaub hier! Was... was war so der... 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 sag' ich mal... der komischste oder verrückteste Kunde, den du bis jetzt hast? Oder hattest du schon irgendwelche unangenehmen Erlebnisse jetzt so als Pizza-Fahrer? Fahrer? ... die die Tür aufgemacht haben, so? Ja, also... Ne... Also das... das ekelhaft... also das... was am gruseligsten war... das war ein... ein Haus... im Wald, in Osterkappeln... und... äh... du musst über so einen zwei Kilometer langen Feldweg... dann... passt nur ein Auto... so eine Allee praktisch... da wären so zwei Kilometer lang... irgendwann bist du über dem Haus... und äh... vorne sind halt... so... so... wie heißt das... so Indizien, dass der Mann ein Jäger ist... so vielleicht mal ein Hase, der ausgestopft ist und alles... und äh... der hat das erste Befehl bezahlt... ich hab an der Tür geklingelt... im Jungshof war ein Licht... ach... komplett dunkel... um halb neun war das... hat er... bestellt da... und um neun hab ich ihm das Essen bringen wollen... hat er nicht aufgemacht... hab ich angerufen... äh... keiner anschlussend unter dieser Nummer... Horrorfilm, Alter... äh... creepy... übelst creepy, Mann... im ganzen Haus war halt das Licht aus... ich hab noch ein paar Mal angerufen... hab mein Chef angerufen... meinte so... da ist keiner... der so... äh... klack mal an der Tür... oder... klack mal an einem Fenster... guck mal rein... oder... guck mal ob im Garten jemand ist... ich mach den Garten auf... mach die Gartentür auf... und guck... der legt einfach Munition auf dem Tisch... einfach so auf dem Gartentisch... hab das Essen hingestellt... fotografiert... und aufgehauen... hab meinem Chef gesagt... du... ich geh da nicht nochmal hin... ne... das ist ein Selbstmord... boah... übelst gruselig, Mann... dann hab ich das... genau meinem Chef erzählt... und alles... und meine Arbeitskollegin... Jessica... die musste da... am nächsten Tag nochmal hin... und genau die gleiche Situation... und seit dem Tag an... haben wir beschlossen... diesen Nummer nie wieder zu beliefern... Jo... Ja... Alter... das ist ja übelst gruselig... wenn da nie jemand da ist... Alter... das ist schon krass... Nein... ich meine... ganz ehrlich... ne... so creepy die Welt ist... äh... vielleicht wart ihr einfach nicht die passenden... vielleicht habt ihr den einfach nicht... äußerlich gut genug gefallen... weißt du... ja... und wär da jemand anderes hingefahren... dann... schnipp schnapp... äh... Tod... Ja... House of Wax... auf jeden Fall... Ja... kein Scherz... Mann... wirklich... vor allem dann da... so... das... bemerkt doch keiner... und das würde ja auch niemals... richtig publik werden... halt... weißt du... und... äh... etwas... was nicht so gruselig ist... aber trotzdem ein bisschen... verwirrend war... wir haben eine... etwas übergewichtige... alte... Frau... die... äh... mit der stimmt geistig erst nicht... und... äh... sie hat halt... Bartwuchs wie von... noch schlimmer als von Alex... ey... also... die hat mehr Bart als Alex... würde ich sagen... als meinen Mann Alex... oder habt ihr noch einen anderen Alex... ne... als dein Mann Alex... und... ähm... auf jeden Fall... diese Frau... die sieht halt echt aus wie ein Mann... und die blinzelt einfach nie... und wenn du sagst... wie viel die bezahlen muss... guckt die dich so an... und das gefühlt... zwei Minuten lang... und... äh... irgendwas... ich glaub das hat auch mit ihrem Übergewicht zu tun... die atmet so heftig aus dem Mund... Hallo kleiner Mann... willst du mal reinkommen? dass sie... dass sie nicht mal... vernünftig reden kann... ja... war schon krass... boah... und das ist halt echt komisch... und... ist auch ein bisschen gruselig... und wenn sie die Tür aufmacht... dann stinkt es immer so heftig... also die Frau ist komplett ungepflegt... mhm... irgendwas geistig ist nicht mit der... also die ist ganz nett eigentlich... aber das ist halt echt komisch... ja... aber die bräuchte halt Hilfe... ne... es war aber schon creepy genug... dann da halt so hinzufahren... mhm... hattest du auch mal ein schönes Erlebnis... dass du dir dachtest... boah... hier will ich nochmal hinfahren? ja... und zwar... viel Trinkgeld... ja... das sowieso... also das geilste was ich hatte... an Trinkgeld... das war... äh... 15 Euro... boah... nice... cool... krass... und das war auch eine... Bestellung für 20 Euro... also die hat mir 35... also sie hat mir 35 Euro gegeben... und sie nur 20 bezahlen musste... wahrscheinlich weil du recht nett warst... oder? ja... den... den hätte sie auch kostenlos bekommen... schön... und ähm... wie viel bekommst du so an Trinkgeld... so... im Durchschnitt? also... äh... ich hatte teilweise Tage... da habe ich an einem Tag... 34 Euro gemacht... ähm... und äh... teilweise habe ich Tage... wo ich nur 2 Euro mache... wegen Paypal, ne? ja... ja... am Wochenende kriegt man am meisten... und wenn du Trinkgeld bekommst... von äh... so 0815 Kunden... dann so zwischen 1 Euro... und 2 Euro... aber teilweise hast du... Kunden hier gegen die... 5 Euro... 4 Euro... manche gegen die Veralex... manche wollen 5 Cent zurück... obwohl du nur 10 Cent Maximum... in deinem Ding hast... um den Portnonee... wow... krass... die 15... äh... auch von deinem Trinkgeld... nochmal drauf... und äh... ja... nein... nein... also ich finde auch... wenn man... wenn... der Fahrer... nett war... weißt du... ne... freundlich schon da ist... mein Gott... und das irgendwie auch passt... 5 Euro... finde ich denn hier und da auch... manchmal einfach berechtigt... ja... mein Gott ey... jeder weiß doch mittlerweile... was das für ein Kackjob ist... ja... muss man mal so sagen... und dann finde ich auch... dann darf man hier und da auch... einfach mal was... an den Trinkgeld springen lassen... ich mach das hier und da auch... manchmal gerne... wenn die dann... freundlich zu mir sind... und hast du nicht gesehen... dann ist das auch... wirklich cool so... mhm... was hat aber auch... doof ist... wenn sie dann meinen... sie könnten nicht mal so... kleine Kleckerbeträge... ähm... auszahlen... oder sowas... sowas wie ein 2 Euro Stück... oder so... hab ich nicht... ähm... das ist dann doof... aber das ist mir eigentlich... bei Pizza noch nie passiert... nur bei Taxi... haha... das äh... das... also... das Schlimmste... was mir mal passiert ist... ähm... ich habe... als ich bei jemandem war... der hatte auch keine Hausbeleuchtung... also keine Türbeleuchtung... und... ich stand dann vor seiner Tür... und er hat mir... glaube ich... boah... das war irgendein Betrag... auf jeden Fall hat er... 24 Euro zurückbekommen... oder sollte er zurückbekommen... und das war so dunkel... dass ich mein Portemonnaie... aufgemacht habe... und ich sehe da nichts... und ich äh... schmeiß... wenn ich eigentlich hab... das Geld einfach nur rein... die Scheine... egal... in welchen... ins welche Fach... und ich hab da 5 Fächer... und da tue ich in der Regel 5er... 5er rein... 10er... 20er... 50er... und 100er... den 100er... den ich bekommen habe... den hab ich einfach so reingesteckt... und hab den Kunden... der dann 24 Euro zurückgekommen hat... hab ich den... aus Versehen... 100er... und 4 Euro Münzen... boah... und der hat nichts gesagt... und er denkt... es ist mir so... nice... der so... huch... ich... also... sich hin... dass ich 100 Euro zurückbekommen... ich glaube... okay... ja cool... dann ist ja noch alles gut... das ist einfach vor der Sache... oh... ich krieg eigentlich noch 20 mehr wieder... ja... haha... das Ding ist... alles was im Endeffekt an Geld fehlt... muss ich bezahlen... ne... wow... einfach mal stumpf 100 Euro... ey... aber... das ist ja auch so... das hab ich halt mal gelesen... ähm... du so als Lieferant... du bist nicht verpflichtet... das passende Wechselgeld dabei zu haben... der Käufer... ist mehr dazu verpflichtet... das... äh... den Betrag passend zu zahlen... ja... aber willst du mit sowas vor Gericht ziehen? ja... ja... äh... irgendwelche Erbsenzähler würden das machen... ne... aber an sich... bist du nicht dazu verpflichtet... das passende Wechselgeld... parat zu haben... und das ist halt so eine kleine Grauklausel... ne... um sich hier und da auch ein bisschen Trinkgeld... sozusagen zu erklauen... aber... ne... so damit du halt auch Bescheid weißt... du bist da dann im Endeffekt auf der richtigen Seite... du musst nicht immer... alles perfekt wechseln können... im Endeffekt muss der Kunde... es perfekt zahlen können... und wenn dann nicht... dann hat der Pech gehabt... so... ich geh mal kurz auf den Klo... ich geh mal kurz auf den Klo... ich geh mal kurz auf Klo... äh... äh... viel Erfolg dabei... hier könnt ihr schon mal alle auf die Hand drücken... und wenn alle nicht da sind... starten wollen... dann... 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 dann...